LOL ALTER, ich finde du... MOTS! MOTS! AHHHHH! AHHHHH! NEIN! Hallo und herzlich willkommen zu meinem weiteren Let's Play Minecraft. Und ich sehe gerade bei mir ist Türen offen. Ich muss schnell die Türen zu machen, ich bin gerade wieder da. Komm! Ttoi-Tai-D 잡atiwww Und wo kommt es direkt raus? Und seh, wovon du das weißt... tonight-ist! Das hat keiner gemerkt. Ich bin zu schnell gesehen. Wo ist dein Ausgang gewesen? 報w robotis Ganz kurz zu meinem Haus! Ich gehe jetzt zu der Koppelbrücke. Jetzt bin ich auf den Länder, z.B. gerade im Wasser, und bin jetzt an meinem Haus. Ähm, ich gehe jetzt den Weg. Ich bin am Enchanter. Ich stehe vor deinem Haus. Ich mache jetzt genau die Tür auf. Ich schläge dich einmal. Die Tür ist wieder zu. Du packst. Du bist irgendwo vor der Tür. Man, da drin hat ja überhaupt nichts. Okay. Okay, ich gehe wieder. Okay. Ich will unsere Server kaputt machen. Mach sie kaputt. Jawohl, endlich. Mann, wo ist der Ausgang? Ich will da wieder raus. Ich will da raus aus dem Haus. Aus der Mine. Was? Ähm, wäre das eigentlich erlaubt, Werbung für einen anderen Server zu machen, wo wir meistens drauf sind? Du musst mich den Serverbesitzer fragen, wieso meinst du? Ja, wenn wir den Willen fragen. Hä? Oh nein, es wird Nacht. Können wir gehen schlafen? Ähm, nein können wir im Fall nicht. Es wird Nacht! Sehen wir fast, wie hast du dich gesehen? Weisst du? Ich sage lauter deutlich, es wird Nacht. Können wir schlafen und meistens eine Barriole... Sorry, ich lege immer noch. Ich habe keinen Plan, ob es wirklich oder Illusion ist. Ja, jetzt sagst du es wird Nacht. Ja, ist gut. Aber ja, ich habe zu mir selber gesagt, ich kontrolliere jetzt, ob es Nacht wird. Wenn es jetzt auch Nacht wird, dann kann ich mich auf der Tür legen. Aber nein, ich lege immer noch! nein, ich lege heute Nacht! Ich lege hier undما! Die Sports LOL Sola ein Fakulto ein Fakulto ein Fakulto und abholst du da oben. Hey, ich kann kein Sprengwulver. Mann, das ist doch behindert. Ein Fakulto ich will Sprengwulver, damit ich noch mal den Maximilian sie suske auf Junge, ich sagte, oh, wenn wir das mal passieren, dann wir eine riesige TNT-Kanone haben, dann wird die ganz Huss in die Luft sprengen. Genau, das müssen wir dann irgendwann machen. Nein, kriegen wir uns einfach alle. Nein, ich und Gino, dich. Nee-hee-hee-hee! Du willst ja irgendwas sein, damit du dich auf die Masse wirst. Nein, nein, ich hole dich doch auf die Luft. Ich muss einfach abwarten. Irgendwann schaue mich sowieso bei der Kuiper in die Luft. Ja, der Kuiper hat eine Kuiper in die Luft. Ja, ich lasse mich abwarten. Schön für dich! Ich will an dich spielen! Ah! Oh je, Sula! Oh my god! Oh my god! Holy shit! Holy fuck! Oh je, Sula! Alter, wie stark ist der? Ich habe ein bisschen was gefunden. Das wertvollste, vor allem in Minecraft. What the fuck? Alter! Mann, warum habe ich das hier im Inventar? Das hier benutze ich als Essen. Knochen kann ich nicht mehr. Ich brauche eine Erde, die ich nicht habe. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche auch nicht immer. Wie stark war der? Ja, Jan, du bist stark in Schütteln. Alter! Und was geht es da? Ich habe nur entweder meinen Anblick, der teleportiert sich, schlug mich an wie fünfmal. Innerhalb 0,5 Sekunden. Warte mal kurz. Bei mir redet jemand. Weisst du, sie haben den ganzen Tag Zeit zum Reden, aber nicht... Ja, und es steht der Creeper von meinem Haus! Hält deine Fresse! Okay. Sorry, es regt einfach auf! Man ist am Reden und dann schnauzt dir irgendein Opfer dazwischen. Entschuldigung. Muss ich mir einfach mal sagen. Oha! Könntet ihr mal kurz... Ich glaube mal nicht mehr. Ich bin zufrieden. Könntet ihr mal kurz... Einfach mal schnell leften bei dir, damit ich keine Luft kann... Oh! 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 Hier hat es eine Spinne. Ah! Sorry! Das ist doch nichts! Das ist doch nichts! Ich will jetzt nicht wieder sterben! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Der Creeper hat mir mein Haus kaputt gemacht. Warum? Komm! So ist das einfach nicht lustig! Rebellier jetzt! Unser Enchanted Table kaputt! Ein übelstes Können, das ich gerade hatte! Nicht! Geh weg von meinem Haus! Erstmal, geh weg! Machst du mein Haus kaputt? Das weiss ich jetzt schon! Es geht nicht! Tönt mich! Tönt mich! Tönt mich! Das ist schon kacke! Ich will den Flecken! Rebellier jetzt! Alles kaputt machen! Alles muss sterben! Tönt mich! Zum Glück bin ich da nicht drauf gestanden! Tönt mich! Bist ich integrieren? Ach du! Jemand! Malz bist du noch damit auf dem integrieren Vertrag? Ja! Alles muss sterben! Tönt mich! Tönt mich! Alter, wie du lügst! Ähm, Gino? Ja? Malz ist ja nicht mehr auf dem integrieren Vertrag? Ähm, nein! Bei mir nicht! Ja, das ist für die Nutzerroth, der Kuh hat jetzt kurz verlicht. Kann, 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 kann! WAHT?! Endlich, endlich bin ich gut. Was ein... Wann, ich bin mit uns, mit uns, mit uns, mit uns, mit uns! Nein, ich hätte jetzt gerade schlafen können! Ich komme gerade mit uns ohne! Das ist so blöd! Ich hätte jetzt gerade schlafen können, dann wäre die scheiss Drecksnacht vorbei. Du bist nicht nett? Ja, du auch nicht! Ich bin hier mit uns da! Kick mich nicht aus dem Server! Wann sagst du das? Ähm... Nein, meint, du... Ah! Jetzt mache ich alles kaputt. Wenn ich in den Server komme, mache ich alles kaputt. Nein, wenn du nur ein Glas von mir probierst, dann... Was machst du denn? Dann! Dann! Durch dich spannen! Da, da, da! Äh... Er spannet sehr! Dann mal schauen, wer ich will mir erst spannen! Ey, wie, ey! Gino? Das ist Slash-Ben-Koloss-Würzer! Gino? Ja! Hä? Alter, das hier aber hast du! Ich glaube, du brauchst eine neue Gino! Das geht einfach nicht so! So, jetzt kann gar nichts mehr passieren! Oh! 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 Jetzt kann ich euch spannen! Oh! Oh! Warte, ich finde... Mord! 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 Ah! Ah! Nein! Was bist du für ein kranker Mensch? Gino? Ich habe gerade hunderte... Okay, vier! Diamanten gefunden! Und dann kommt das Gelände und schopft mich fast in die Lava! Was bist du für ein kranker Mensch? Alter, ich sag dir, ich habe Angst gerade! Wirklich! Oh mein Gott! Alter! Diamanten! Juppi! Gino! Zu episch! Gino! Ja! Bist du mir Diamanten? Nein! Ich habe acht Stück! Ja komm! Kannst du mir drei geben? Nein, kann ich nicht! Ich bin voll egoistisch! Ego-esstisch! Ich bin voll ego-esstisch! Sucht unter Arten! Ja! Ja! Okay, jetzt kann ich mal das entladen, was ich nicht brauche! Ich brauche alles! Mehr Spass! Das brauche ich nicht! Ja, gerade! Gino, wie lange dauert es? Ähm, es dauert noch vier Minuten! Vier Minuten! Vier Minuten! Ja! Ich wusste gar nicht mehr aus! Okay, einfach nicht mehr! Ja, ein bisschen machen wir durch! 1, 2, 4... Jetzt haben wir noch etwas... Okay, auch Diamanten, das ist gute Leistung, gute Leistung! Gino? Was? Play offline! Ja, was ist? Ähm, ich muss jetzt... Essen! Ja, ja! Darfst du nach dem Essen nochmal? Oh nein! Cool! Weiss nicht! Der Meils darf nicht mehr! Äh... Noch wie lange nicht mehr! Du, der Meils darfst du ihn nicht auf den Sauber trinken! Ja! Wieso nicht? Alter, wie sagst du, mein Sauber kommt, mach alles kaputt! Glas! Boi! Dörg! 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 Was auch immer! Oh nein, das stimmt dort! So etwas vor... Warum hab ich immer noch keine Vielfalt? Was ist das denn? Hallo, bist du krank? Du dumms vielfalt? Ja! Stirn vom Mund! Oh mein Gott, Kohle! Eheren vin neverlar! Ich mach nem! Es ist nicht lustig! Ich find's nicht lustig! Jetzt Alter zum Tod lachen! Jaaa, ich find's wieder, der tecke! Das liegt an der Stelle, du weisst nie wie das ist. Doch, aber trotzdem! Ich find's wuren lustig! Jaaa, schön für dich! Ich willsいる! Ich finds her loslegen! Ich find's wunderlich巧... Bist du Bernd macht? Was? Was ist er? Bist du Bernd? t slash Pardon mit Dade Ich hab nicht Bernd Ich bin nicht Bernd Oh Pardon Mit Dade Was checkt an? Bist du eigentlich behindert? Du Tastatur? Mit Dade wurde entsperrt Bist du nicht rein? Kannst du immer noch nicht rein? Tierbeidchen Tierbeidchen Das muss jetzt gehen Und ich glitzte wieder den Partner ab und dann bin ich im Stein Sehst du ihn noch? Ich bin unter der Erde Ich sehe ihn nicht Ich auch Ich bin unter der Erde Ich mach nichts mehr 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 Ich schaue dich auf den ab Okay Huh Puh Fuck H noch mehr Diamante Hey, das ist ungefähr! Jetzt rassi! Du schnur, Mann, du weißt, Gino, weißt, Gino, weißt, 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 es ist so, Gino hat manche Diamante, du ist keine Diamante, ich hab's halt manche Diamante und durch Gold, cool! Oh Gott! Rattisch! Gino? Ja? Ja? Ähm, acht Stacks, ähm, Erde gegen fünf Diamanten. Ich bin der Erd-Dreckhändler, ich hab nix für eine Invasion von Dreck. Dreck, du bist Dreck! Okay, jetzt haben wir sowieso nur noch 45 Sekunden, dann tun wir uns noch schnell das Eisen abbauen und dann haben wir nachher wieder ein Let's Play Andy. Dann müssen wir essen. Und dann ist meine Spitzhockey wahrscheinlich auch wieder kaputt. Warte mal, Gino, bleibst du, bleibst du, bleibst du, bleibst du! Und dann mach einfach wieder. Aber es liegt dich auch nicht. W-h-y. Meine Spitzhockey ist tot. Also hier unten kann man was finden. Okay, ich muss essen. Okay, dann, äh, wahrscheinlich, kannst du noch sechs Sekunden? Nein, ich muss jetzt essen, also bis nachher. Also sechs Sekunden noch eine? Also tschüss! Okay, tschüss Maxi! Und dann sag ich auch gerade mal bis morgen oder nächste Woche, oder wie es auch kommt. Tschüss! Sag tschüss, Miles! Miles? Egal, dann sag ich halt allein tschüss. Tschüss! Heute kommt noch ein bisschen für Kasse. T. Slash. T. 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 T.